Guten Morgen meine Damen und Herren. Wir schalten zu Cobra und der heilten Menschen und wir sind live dabei mit den Cobra. Herr Cobra, können Sie mich hören? Guten Morgen Cobra. Ich bin Spezialist Mann, Heilemann. Ich bin Heilemann, zum Beispiel Kopf-Denken. Wenn du Probleme hast, zum Beispiel denken nicht normal, ich mache wieder deinen Kopf normal denken. Und wenn Probleme gekommen bei dir, weiß ich nicht, aber ich mache wieder normal. Andere Varianten machen, zum Beispiel, wenn du Annel-Sex haben und dann Probleme mit der AA und ich mache wieder Kannel auf, Kannel wieder auf und normal Kacke machen. Und diese machen Spezialtherapie. Und alle guten Sachen, alle guten Dinge machen, dreimal. Genau. Und die dritte Variante, wenn du viele Schmerzen hast, zum Beispiel Durchzug bei dir und keine Bewegung mehr und keine Bewegung nicht mehr spazieren kann oder du nicht mehr Toilette gehen kannst. Und dann, du kommst schon einfach bei mir, ich mache wieder normal deine Körper, du wieder laufen normal. Und das ist meine Spezialität und Heilemann machen wieder normal. Okay, wissen wir bitte. Ich bedanke mich Herr Cobra auf Wiederhören. Tschüss. Gut.